Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. In diesem Video soll es nur kurz darum gehen, dass ihr mir in den Kommentaren jetzt eine Frage stellen könnt, auf die ihr gerne eine Antwort haben wollt. Es wäre natürlich schlau, wenn ihr eine sinnige Frage stellt und die werde ich dann in einem Special beantworten. Also ich freue mich auf eure Fragen bis zum Stream, wahrscheinlich am Samstag. Bis zum nächsten Mal und ciao Leute.